Kräftiger Wind und Sonne, dieses Wetter hätte die Gruppe engagierter Forscherinnen und Forscher erfreut, die das Energielabor vor 40 Jahren plante. Die Uni Oldenburg war im Entstehen begriffen, der Campus Wechleu bestand aus Wiesen und Weiden. Das Energielabor sollte nicht nur autark sein, vielmehr sollte hier zu erneuerbaren Energien geforscht werden. Vor dem Hintergrund der Anti-Atomkraft-Bewegung und noch Jahre vor dem Reaktorunglück in Tschernobyl ging es darum, Alternativen zur Kernkraft zu finden. Heute steht das Gebäude leer, entspricht es doch nicht mehr den baurechtlichen Vorgaben. Wird es abgerissen? Für die Nachwelt dokumentiert bleibt das Labor durch Zeichnungen, Pläne und Fotos im Universitätsarchiv Oldenburg. Kann es durch Coding da Vinci zu neuem, virtuellem Leben erweckt werden? Das Team des Uniarchivs und Interessierte aus dem Umfeld des Energielabors freuen sich auf Ihre Ideen.